Das esse ich alles als Gemmaus, ohne mir was zu verbieten. Zum Frühstück gab es erstmal so ein richtig, richtig geiles Salted Caramel Porridge mit gefrorenen Beeren drauf. Die sind dann noch aufgetaut, keine Sorge. Und Spekulatius auf Strich und Pistazien. Leute, diese Kombi war so wild, ich sag's euch. Dann gab es Toast mit so einem veganen Fleischsalat. Der ist mega, mega geil, kann ich nur empfehlen. Ich hatte zwei Stück davon und noch eine Marzipankartoffel. Irgendwie finde ich es ganz geil. Abends war ich mit Vicky bei Rich & Greens. Und ich habe wie immer meinen Cancun Chicken Burrito genommen. Ist einfach der beste, wenn ihr da seid, müsst ihr das nehmen. Oder den Mango Chicken Salat. Den Vicky ist auch unnormal geil. Und zu Hause angekommen, gab es dann natürlich noch meine Peanut Butter Quark Bowl. Ihr kennt es mittlerweile, ich glaube, ich brauche es nicht mehr erklären. Alle, die mich verfolgen, wissen es.